Willkommen zur letzten Folge dieser kleinen Session Minecraft. Wir bauen hier gerade am Killer von unserem zukünftigen Turm weiter. Und da ist wieder Schicht im Schacht. Spolenkationen So, okay. Und hier ziehe ich auch mal eine Wand runter. Können wir jetzt irgendwas mal kurz ablegen? Oh ne, wir machen Fäggeln und schon können wir diesen Endständer mitnehmen. Diese Seite machen wir jetzt immer noch komplett hier. Wie sieht denn das sonst aus? Okay. So, okay. Okay. Ich will jetzt bloß mal gucken, ob hier noch Blöcke rumliegen, zum Beispiel der. Und hier müssten wir jetzt mal nachlegen, ne? Ah, okay. Schon fertig. So, Erde. Die können wir gleich mal wieder verbauen. Wir haben doch aber nicht ernsthaft so viele Stacks aus dem Killer rausgehoben, oder? Nee, wollen wir die ganze Erde hier auf einmal? Ach, na klar, wir haben ja Genetaracta in die Boote und dafür haben wir die Erde ab hier geschüppt. Und hier wird schon wieder vrögen. Und hier wird schon wieder vrögen. So, dann könnten wir eigentlich noch weiter Erde wegschüppen, oder? Oder will ich jetzt am Turm weiterbauen? Eigentlich ja. Eigentlich wäre mir das ganz genehm. Das heißt auch, wir brauchen erstmal noch eine Treppe nach oben. So, dann können wir jetzt mal wieder wegschütteln. Macht er jetzt Sinn, die hier entgegengesetzt reinzubauen? Okay. So ganz zufrieden bin ich noch nicht. Die Tür zu. Reichen sechs? Ich weiß es gar nicht. Tun sie nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und hier müsste das nämlich auch noch hin. Eigentlich doch. Doch, 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 doch. Aber hier setze ich das noch dazu. Fertig. Jetzt haben wir zehn Blöcke davon. Die können wir eigentlich gleich mal hier einbauen. Insofern? So. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Rot, 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 Rot Untertitelung des ZDF, 2020 Ein paar Design-Elemente müssten auf jeden Fall in den Turm noch klatschen irgendwie Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020